Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem kurzen Excel-Video, wo es um verlorene oder eben kaputtgegangene, kann man so formulieren, Excel-Dateien geht. Also, jeder von euch kennt es schon, leider passiert das eben ab und zu, dass man in einer Excel-Datei arbeitet und dann stürzt die Excel-Datei ab. Man hat irgendeinen Computer-Crash oder irgendwas anderes, man vergisst zu speichern, was auch immer, auf jeden Fall sind die Daten weg. Was kann man dann tun? Generell, der beste Tipp, den ich euch geben kann, ist einfach mal unter Datei, also Excel neu zu starten natürlich und dann unter Datei entsprechend, einfach mal auf, in dem Fall bei Öffnen, wenn ihr da drauf klickt und dann schaut ihr einfach mal in Nicht-Gespeicherte Arbeitsmappe wiederherstellen, in diesen Punkt rein. Da könnt ihr dann nämlich draufklicken und dann würdet ihr in diesem Verzeichnis normalerweise, genau wie ihr hier sehen könnt, diese unsaved Files und auch eben Dateien sehen, die quasi zuletzt verwendet wurden, die möglicherweise gecrashed sind. Und dann könnt ihr entsprechend die Datei öffnen und unter einem neuen Namen irgendwo anders wieder abspeichern und mit dieser Datei weiterarbeiten. Funktioniert das immer perfekt? Wahrscheinlich nicht, ist auf jeden Fall ein Tipp wert und auch ein Versuch wert, wenn das mal euch passieren sollte. Ja, das war's. Ich hoffe, das war hilfreich und rettet euch vielleicht in der einen oder anderen Situation mal das Leben, in Anführungszeichen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute!